Mein Name ist Petra Hackenberg-Wiedel, ich leite die Entwicklung der Brennstoffzelle bei Audi. Wir entwickeln hier nicht nur für Audi Fahrzeuge, sondern für den gesamten Volkswagen Konzern. Im Bereich der Brennstoffzellenentwicklung haben wir diverse Stellen in der Konstruktion, im Versuch, in der Applikation. Und wir suchen natürlich auch immer wieder Spezialisten in der Elektrochemie, vor allen Dingen für die Stapelentwicklung. Du hast am besten ein technisches Studium, kann Maschinenbau sein, Elektrotechnik oder auch Elektrochemie oder Physik. Ich biete dir einen spannenden Arbeitsalltag in einer ganz neuen Technologie. Und es ist nicht nur die Technik, die neu ist. Wir verwenden auch neue Arbeitsmethoden. Wir haben sehr coole Projekthäuser, arbeiten nach agilen Methoden, arbeiten sehr interdisziplinär in internationalen Teams. Ich bin eine Chefin, die den Mitarbeitern zuhört. Ihr dürft eigene Ideen bringen. Ich höre mir alles gern an. Ihr dürft kreativ sein. Ich lasse euch den maximalen Freiraum, gebe aber die Leitplanken vor. Dein Arbeitsalltag wird total interessant sein, denn wir treffen uns dreimal in der Woche in den Projekthäusern, um Themenstellungen interdisziplinär abzuarbeiten. Du hast eine flexible Arbeitszeit, aber auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Ganz einfach im Internet unter audi.com.com und dann nach der Brennstoffzelle suchen. Ich freue mich auf deine Bewerbung.